Hier spielt die beste Musik Ich bin's, Nadja. Und ich habe ja gehört, Kunstlein sucht eine Urlaubsvertretung für mich. Ist ja auch alles grundsätzlich eine schöne Idee. Wäre allerdings schön, wenn man da auch ein bisschen auf das eingeht, was da eigentlich gebraucht wird. Also hier Make-up und High-Heels, ja, ist alles gut. Kaffee kochen, ja, aber wir suchen keine Dienstmarke, sondern wir suchen eine Frau, die mal Paroli bieten kann. Der braucht jemanden, der ihn mal so ein bisschen in den Hintern trifft. Wenn der morgens jemanden hat, der ihm sagt, was zu tun und zu lassen ist, dann kommt der nicht klar. Das wird Soda und Gomorra in der Settung. Jetzt lass mal gut sein. Das stimmt schon alles so, wie es sein muss. Das ist alles perfekt. Es ist alles in Ordnung. Nadja, du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Du musst dir jetzt nicht die Geschichten erzählen. Sag uns die Wahrheit. Also, ne Mädels, wir brauchen hier jemanden, der ein bisschen Bambule machen kann. Sonst wird ihm auch langweilig. Also hier nur pampern und lieb sein? Nee, nee, das ist nicht Sinn der Sache. Also, bewerbt euch, wenn ihr meint, ihr könnt mit Kunzi so richtig schön zacken im Studio. Dann Nadja, etwa hier einstieg. Ja, jedenfalls brauche ich jemanden, der Kaffee.